Hi, in dieser Session lernen wir das elektrodynamische und das elektrostatische Wandlerprinzip kennen. Was versteht man unter Wandlerprinzip? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Schwingung einer Membran in ein elektrisches Signal zu wandeln. Je nachdem, wie dieser Prozess vonstatten geht, unterscheidet man unterschiedliche Wandlerprinzipien. Die beiden wichtigsten Wandlerprinzipien sind das elektrodynamische und das elektrostatische Wandlerprinzip. Und diese beiden lernen wir in dieser Session kennen. Das elektrodynamische Mikrofon Das elektrodynamische Wandlerprinzip wird im elektrodynamischen oder kurzdynamischen Mikrofon angewendet. Die Wandlung beruht hier auf der elektromagnetischen Induktion. Wir erinnern uns an den Themenblock Grundlagen der Elektrotechnik 1. Wird ein Leiter in einem Magnetfeld bewegt, so wird in diesem eine Spannung induziert. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein dynamisches Mikrofon umgesetzt werden kann. Als Bändchenmikrofon oder als Tauchspulenmikrofon. Beim Bändchenmikrofon ist die Membran selbst der Leiter. Ein einige Millimeter breites und etwa 1-3 cm langes, zickzack gefaltetes, elektrisch leitendes Bändchen wird durch den Schall in Schwingung versetzt. Das Bändchen schwingt dabei im Luftspalt eines Magneten, weshalb eine Wechselspannung in dem Bändchen induziert wird, die sich analog zur Schwingung der Luftmoleküle verhält. Wir haben ein elektrisches Audiosignal erzeugt. Der Schall bewegt das Bändchen in einem Magnetfeld und darum wird eine Spannung induziert. Das Bändchen ist zickzack gefaltet, weil es dann besser in der Achse schwingt, anstatt schief zu geraten. Außerdem erhöht sich dadurch die Ausgangsspannung. Diese hängt laut dem Induktionsgesetz nämlich von der Länge des Leiters ab. Da die Ausgangsspannung dennoch sehr klein ist und der Innenwiderstand des Bändchens sehr gering, muss ein Trafo im Mikrofon Spannung und Widerstand anpassen. Das Bändchenmikrofon war das erste dynamische Mikrofon, das entwickelt wurde. Es war ab den 1930er Jahren weit verbreitet. Der größte Hersteller war RCA. In Amerika waren Bändchenmikrofone von RCA der Rundfunkstandard. Während in Europa in den 40er und 50er Jahren hauptsächlich Kondensatormikrofone eingesetzt wurden, konnten sich in Amerika die Bändchenmikrofone bis in die 60er Jahre halten. Dann wurden sie vom Kondensatormikrofon und vom Tauchspulmikrofon verdrängt. Bayer Dynamic war eine der wenigen Firmen, die dafür sorgten, dass das Bändchenmikrofon nicht ganz ausstarb. Mittlerweile werden Bändchenmikrofone wieder von verschiedenen Herstellern angeboten. Sie sind derzeit aber noch nicht besonders weit verbreitet, sondern eher ein Geheimtipp. Es kann als Alternative zum Kondensatormikrofon verwendet werden, wenn man es nicht mit zu hohen Schalldruckpegeln zu tun hat. Bändchenmikrofone haben hervorragende Übertragungseigenschaften. Aufgrund der geringen Masse der Membran kann diese der Bewegung der Luftteilchen sehr genau folgen. Das Impulsverhalten ist dadurch äußerst gut. Dementsprechend ist auch der Frequenzgang sehr gut. Es werden selbst höchste Frequenzen aufgenommen. Das waren die Vorteile. Die Nachteile sind, das Bändchenmikrofon ist nicht sehr robust. Außerdem sind Bändchenmikrofone meist empfindlich gegenüber hohem Schalldruck. Es ist sehr empfindlich gegenüber Windgeräuschen, Körperschall, Griffgeräuschen und Poplauten. Unter Poplauten oder Explosivlauten versteht man Laute wie P, B, D oder T, welche Windstöße produzieren. Diese Windstöße können bei einer Mikrofonaufnahme unerwünschte Artefakte erzeugen. Außerdem ist die Ausgangsspannung des Bändchenmikrofons relativ gering und muss extra hoch transformieren. Das kommt daher, dass die induzierte Spannung laut Induktionsgesetz von der Leiterlänge abhängt. Beim Bändchenmikrofon ist der Leiter relativ kurz. Eine heute weitaus verbreitetere Konstruktionsform des elektrodynamischen Mikrofons ist das Tauchspulenmikrofon. Es ist so konstruiert, dass an der Membran eine Spule befestigt ist, welche sich durch die Bewegung der Membran im Luftspalt eines Topfmagneten bewegt. Hier oben ist die Membran. Sie ist elastisch eingespannt und oft kalottenförmig, so wie in dieser Abbildung. Dies ist die Spule. Aufgrund der Verwendung einer Spule haben wir beim Tauchspulenmikrofon einen längeren Leiter und somit eine höhere Ausgangsspannung als beim Bändchenmikrofon. Je mehr Wicklung, desto schwerer und träger wird allerdings auch die Membran. Dies hat wiederum ein schlechteres Impulsverhalten zur Folge. Bei der Konstruktion muss man also immer einen Kompromiss zwischen einer hohen Ausgangsspannung und einer trägen Membran finden. Das sind die sogenannten Polschuhe. Sie konzentrieren das Magnetfeld auf den Luftspalt. Das hier ist der Luftspalt. Hier der Magnet. Manche Mikrofone benutzen Magneten mit Neodymiumlegierung für ein besonders starkes Magnetfeld. Das Audiosignal kann hier an der Spule abgegriffen werden. Das Tauchspulenmikrofon ist extrem robust gegenüber mechanischen Einwirkungen, Feuchtigkeit und Temperatur und dabei relativ kostengünstig herzustellen. Auch sind Tauchspulenmikrofone unempfindlich gegenüber hohen Schalldruckpegeln. Die Membran kann aufgrund der großen Masse der Spule dem Schall schlechter folgen. Darum ist die Impulstreue schlechter als beim Bändchenmikrofon oder beim Kondensatormikrofon. Auch hohe Frequenzen werden beim Tauchspulenmikrofon prinzipbedingt schwächer übertragen. Außerdem sind dynamische Mikrofone für leise Instrumente nicht besonders gut geeignet. Dynamische Tauchspulenmikrofone sind aufgrund ihrer Robustheit und wegen ihrer Unempfindlichkeit gegenüber hohen Schalldruckpegeln der Standard für Konzertbeschallung. Im Studio kommen sie in erster Linie zur Abnahme von Schlagzeugen oder Verstärkern zum Einsatz. Okay, eines noch zum Schluss. Wenn im Volksmund von dynamischen Mikrofonen gesprochen wird, sind normalerweise immer Tauchspulenmikrofone gemeint. Das elektrostatische Mikrofon Ein grundlegend anderes Prinzip der Wandlung kommt beim elektrostatischen Mikrofon zustande. Das elektrostatische Mikrofon wird meist kurz Kondensatormikrofon genannt, weil es mit einem Plattenkondensator arbeitet. Eine Elektrode dieses Kondensators ist die Membran. Sie wird als metallbedampfte Kunststofffolie oder als Metallfolie ausgeführt. Die Gegenelektrode ist fest und massiv. Die Schwingungen der Luftmoleküle übertragen sich auf die Membran. Dadurch ändert sich der Abstand der beiden Kondensatorplatten um einige Nanometer und somit auch seine Kapazität. Denn die Kapazität eines Kondensators hängt unter anderem vom Abstand der Kondensatorplatten ab. Eine Spannung, die am Kondensator anliegt, wird dadurch analog zum Schallsignal verändert. Dieses direkt am Kondensator anliegende Audiosignal kann aber nicht direkt verwendet werden. Es muss zuerst durch eine elektrische Schaltung für den Transport über längere Strecken und den Anschluss an einen Mikrofonverstärker angepasst werden. Dafür kommen zwei Schaltungen in Frage. Die Niederfrequenz bzw. NF-Schaltung und die Hochfrequenz bzw. HF-Schaltung. Bei der Niederfrequenz-Schaltung passt ein Impedanzwandelnder Vorverstärker den Innenwiderstand des Mikrofons an den Eingangswiderstand des Mikrofonverstärkers an. Dieser Impedanzwandelnde Vorverstärker wurde früher mit Röhrentechnik gebaut. Später wurden Transistoren verwendet. Die aktuellsten Mikrofone verwenden hier Feldeffekt-Transistoren, genannt FETs. Aufgrund ihres besonderen Klangs wird die Röhrentechnologie teilweise auch heute noch verwendet. Man spricht von Röhrenmikrofonen. Röhrentechnologie ist technisch gesehen wesentlich schlechter als die Transistortechnik. Röhren rauschen mehr und beginnen wesentlich schneller zu zerren. Gerade diese leichten Verzerrungen von Röhren werden aber von vielen als besonders schön, harmonisch und warm empfunden. Auch üben Röhren auf ein Audisignal einen leichten Kompressionseffekt aus. So wie ein Kompressor engen sie ein wenig die Dynamik ein. Aus diesem Grund werden auch heute noch Röhrenmikrofone produziert und erfreuen sich höchster Beliebtheit. Nur um das klarzustellen. Das Röhrenmikrofon ist kein eigenes Wandlerprinzip. Sondern, wenn man so will, eine Unterart des NF-Kondensatormikrofons. Man spricht von einem Röhrenmikrofon, wenn die NF-Schaltung eines Kondensatormikrofons mit Röhrentechnologie umgesetzt wurde. Neben der bereits besprochenen NF-Schaltung kann auch die HF-Schaltung verwendet werden, um das Ausgangssignal des Kondensators an den Eingang des Mikrofonverstärkers anzupassen. Bei der HF-Schaltung wird die sich verändernde Kapazität des Kondensators genutzt, um einen hochfrequenten Schwingkreis zu modulieren. Meistens kommt eine FM- oder AM-Modulation zum Einsatz. Das Signal wird noch im Mikrofon demoduliert. Es ist bei dieser Schaltung kein Verstärker notwendig. Es besteht heute kein grundsätzlicher klanglicher Unterschied zwischen HF- und NF-Kondensatormikrofonen. Der Hauptunterschied zwischen NF- und HF-Schaltung ist, dass die HF-Schaltung weniger empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Einstreuungen ist. Bei NF-Kondensatormikrofonen hingegen ist es möglich, um schaltbare Richtcharakteristiken zu realisieren. Was das bedeutet, werden wir später noch lernen. Aber wahrscheinlich sind aus diesem Grund NF-Kondensatormikrofone wesentlich weiter verbreitet. Wichtig ist, dass im Gegensatz zum dynamischen Mikrofon alle Kondensatormikrofone eine Versorgungsspannung brauchen. Diese wird für die elektrische Schaltung im Mikrofon gebraucht, also für die eigentliche HF- oder NF-Schaltung. Und bei den NF-Mikrofonen für die Kondensatorvorspannung. Der Kondensator beim HF-Mikrofon braucht keine Vorspannung. Als Versorgungsspannung wird heutzutage Phantom-Power bzw. Phantomspeisung verwendet. Diese wird vom Mischpult oder Mikrofonverstärker über das Mikrofonkabel geliefert. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten für die Stromversorgung. Dazu hören wir später mehr. Das Kondensatormikrofon ist das Standardmikrofon im Studio. Es liefert einen neutralen Klang, hat ein gutes Impulsverhalten und eine hohe Ausgangsspannung. Teilweise werden Kondensatormikrofone auch live verwendet. Eine Spezialform des NF-Kondensatormikrofons ist das Elektretkondensatormikrofon. Ein Elektret ist ein Material, das elektrische Ladung permanent speichern kann. Teflon ist beispielsweise ein Elektret. Es ist bei Raumtemperatur ein Nichtleiter. Bei Erwärmung wird das zum Leiter. Durch Erhitzen, Laden und schnelles Abkühlen wird die Ladung quasi im Material eingefroren. Durch den Einsatz eines Elektrets entfällt aufgrund der permanenten Ladung die Kondensatormikrofone. Für die NF-Schaltung ist aber trotzdem eine Spannung nötig. Elektretkondensatormikrofone sind recht günstig herzustellen und sind deshalb sehr weit verbreitet. Sie haben klanglich meist etwas schlechtere Eigenschaften als richtige Kondensatormikrofone. In erster Linie haben sie eine geringere Ausgangsspannung. Früher wurden Elektretkondensatormikrofone über die Jahre immer leiser und dumpfer. Bei heutigen Elektretmikrofonen ist dies nicht mehr der Fall. Elektretkondensatormikrofone kommen oft live zum Einsatz, teilweise auch im Tonstudio. Sie sind aber auch oft in Handys und anderen Consumer-Geräten eingebaut. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Mikrofone sind elektroakustische Wandler. Wir haben heute zwei Wandlerprinzipien kennengelernt. Zum einen den elektrodynamischen Wandler, kurz das dynamische Mikrofon. Hier wird das Induktionsprinzip genutzt, um eine zur Schwingung der Membran analoge Spannung zu erzeugen. Zu den dynamischen Mikrofonen gehören das empfindliche, aber klanglich sehr hochwertige Bändchenmikrofon und das sehr robuste, aber klanglich schlechtere Tauchspulenmikrofon. Das Tauchspulenmikrofon ist das Standardmikrofon für den Bühneneinsatz. Beim elektrostatischen Wandler- bzw. Kondensatormikrofon ist die Membran die Elektrode eines Kondensators. Durch die Schwingung der Membran kommt es zu einer Kapazitätsänderung des Kondensators, die sich analog zum Schall verhält. Diese Kapazitätsänderung kann entweder durch eine NF- oder eine HF-Schaltung in ein verwertbares Audiosignal umgewandelt werden. Der Hauptunterschied zwischen NF- und HF-Schaltung ist, dass die HF-Schaltung weniger empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Einstreuungen ist. Beim NF-Kondensatormikrofon sind umschaltbare Richtcharakteristiken möglich. Eine Sonderform des NF-Kondensatormikrofons ist das Elektretkondensatormikrofon. Es arbeitet mit einem permanent geladenen Elektret, weshalb keine Vorspannung für den Kondensator notwendig ist, sehr wohl aber für die NF-Schaltung. Eine weitere Sonderform des NF-Kondensatormikrofons ist das Röhrenmikrofon. Es ist eigentlich technisch veraltet, wird aber immer noch verwendet und teilweise geradezu gehypt, weil der Klang als besonders warm und angenehm empfunden wird. Kondensatormikrofone im Allgemeinen sind der Standard im Tonstudio. Alle Kondensatormikrofone benötigen eine Versorgungsspannung. Diese wird in den meisten Fällen vom Mikrofonverstärker als Phantomspeisung über das Mikrofonkabel geliefert. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.